Geht natürlich vor, aber Grüße gehen raus. Ja, nice, jetzt hab ich den Punkt auch noch vor. Aris, nice. Ist ja keine Kunst, Likoka. So, ciao, ne? Ah, du Scheiße, was war das denn? Hallöchen, meine Freunde, willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag. Es ist wieder Zeit für Let's Test zusammen mit Aris und Likoka. Heute eine von Max Goode. Schauen wir mal, was uns erwartet. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Oh, macht so einen Namen. Guck mal, Max. Oh yeah. Eins, Aris ist wieder da. Mir geht's wieder ein bisschen besser. Freue ich mich, dass es wieder losgeht, Leute. Oh mein Gott. Wollt ihr den X21 auswählen? Hab ich auch. Ihr habt beide den T20. Ja, dann ist das ein Verwandlungs-Trem. Wahrscheinlich. Gut, ich bin richtig gesprungen. Hippiei. Oh. Perfekt. So ein unverschämter Lacker. So ein Lacker. Ich hab mir eben mal was das Glück ausgeliehen. Da könnt ihr euch dann auf Montag freuen, ne? Ja, Montag gibt's keine Testfreunde. Montag gibt's ein Viererpark des Grauens. Okay, nicht für mich des Grauens. Lasst euch überraschen. Ja, lasst euch überraschen. Boah, Junge, wie viel kommt dann noch? Ich will übrigens immer noch bei dir springen, Ares. Boah, Alter. Junge. Boah, jetzt aber. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Ares. Junge. Noch ein Sprung. Ich hab Angst. Da hat sich einer von den zwei Stunden Fehlschlägen inspirieren lassen. Ich krieg's nicht geschissen. Echt nicht? Ne. Da los, Rauch. Was ist da los? Aber, Freunde, ich sage, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich bin gerade mal bis zum Zweiten gekommen. Likoka, die Zeit, bis ich die Grafik gesungen habe, war alles First Try. Das ist ein... So lange musst du fahren. Eine Minute dreizehn. Ja, schuld für dich. LOL! Nein! Ey, Gaka! Hört ihr den Schrei, Freunde? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg doch nicht mal den Ersten hin. Likoka, jetzt bin ich nicht enttäuscht von dir. Hallo, ein Traum. Aber bis jetzt, Max, ne geile Map. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie viele Sprünge waren das? Guckt euch das an, Freunde. Da, da, da. Da. Mein Erd, das war ein... Und vor allem musst du zweimal die Richtung ändern. Ein. Vier. Fünf. Oh, 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 oh. Okay. Sechs. Wow. Das war ziemlich close, Aris. Äh. Sieben. Ich komme gerade mal bis zum Zweiten. Was ist das? Wow. Leicht nach rechts abspringen. Dass du meinen T-Max mit einer neuen Auffahrt. Jo, nee, ist klar. Oh. So, Freunde. Der Daddy rasiert durch. Nee, der Daddy hängt hier noch an dem Sprünge. Also, Schnauzen. Wo, wo, wo. Alter. Kamer, du Hure. Alter. Das erinnert mich an damals an die Sprünge. Weißt du noch? Ihr hattet ja noch nicht den ersten Punkt. Ich war komplett durch. Wow. Anime-Fan. Wow. So, jetzt bin ich endlich mal an den Gaten. Gut. Das erste Mal. Gut. So, Freunde, jetzt. Ah, da oben fliegen sie. Haha. Ich war unter euch. So, da, wo du hingehörst. Ich wüsste mal. Man muss den Speedman nennen. Sonst hat man verkackt. Äh, wow. Das erste Mal, als ich verkackt habe. Ein Schild sortiert mich aus. Als Anime-Fan ist aber auch heute warm gespielt. Ja. Knock, der kleine Cheater. So. Als Ender ist heute leider nicht dabei. Wow. Jetzt bin ich ja ein Lila. Das müsste fast, glaube ich, die letzte Farbe sein. Im Real Life aushelfen muss. Ja. Und das geht natürlich vor. Aber Grüße gehen raus. Jetzt habe ich den Punkt auch noch vor. Alles. Nice. Ist ja keine Kunstliegucker. So. Ciao, ne? Ah, du Scheiße. Was war das denn? Oh. Hauptsache, ich habe 180 Jahre gebraucht, um überhaupt mal an den zweiten und dritten zu kommen. Und als andere nach First Try. Und dann direkt alles danach First Try. Ja, moin. Ja. Ey, Junge. Habt ich auch gern, Frau. Habt ich auch gern. Ein ganz dünnes Entchenlöschlein. Aha. Oh, als hätte ich es gerochen. Junge, das ist so eine Lücke. Da passt das Auto ganz knapp durch. Wow. Da muss man ganz... Ey, Junge, Max, wie kamst du auf so eine Idee? Oh, 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 wow. Oh, finally, Alter. Bumst doch mein Arsch, ey. Wow. Was für du es, ey. Hallo, Mieze. Miau. Hä? Hab dich da. Mist, Karre. Du weckst immer hin und her zwischen der T20 und XA21. Okay. Wow. Das, äh, schneiden wir raus, Freunde? Was ist das? Da wird nichts rausgeschnitten in der Welt, mein Freund. Ja, ich bin ja gleich schon im Ziel, deswegen kann ich nicht drausschneiden. Was, 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 äh, hä? Was kommt da? Oh, war das ein enges Löscher, meine Herren. Was ist denn, wie du Fenn, hau? Nein! Oh, war das böse, war das böse. Wie hast du das gemacht? Äh, Gas geben? Ja. Lol. Etzwa, was ist dein Begehr gerade? Hä? Hä, bei mir hat das null funktioniert. Ich bin an der Wand langgefahren. Du brauchst Speed, sonst kannst du es knicken. Ja. Bei mir drin... Speed ist das Geheimnis, wenn du mal nicht weißt, wie es hier funktioniert. Hä? Sexy, Max. Ne, bei mir tut sich da gar nichts. Das hat keiner gesehen, Freunde. Das ignorieren bitte alle. Äh, du musst da auch irgendwie Richtung Wand lenken. Keine Ahnung, von mir hat er sich allein rangeflippt. Ich würde sagen, ich habe gegen die Wand gelenkt, danach hat er sich automatisch rangeflippt, LeCooker. Ja, habe ich auch. Eben bin ich nur die ganze Zeit an der Wand langgeschlittert. Das hat sich nichts getan. Oh, oh, ey, Radio. Oh, lol. Oh, 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 oh. Keil. Was jetzt, Max? Oh. Zurück, die Scheiße? Bleib stehen, bleib stehen. Oh, 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 oh. Okay. Aber eins interessante, Matt. Ja, das sind ein paar geile Ideen. Vor allem die Wallride-Auffahrt. Ich schätze, Freunde, ich muss das da nehmen. Oh, du bist so ein Lappen manchmal. Alter. Das ist ja richtig. Langsam wird es peinlich. Gleich kommt eins Frau wieder und hat es wieder. Ja, locker. Ja, locker. Vielleicht locker. Nein, nein. Ne, ich war ein bisschen zu schnell für den Herzen. Oh, da kommen sie. Ich bin voll speed durchgefahren. Arus, jetzt kommst du zum engen Löschlein. Als enges Löschlein? So, so. Guck mal, ob du dich gut mit engen Löschlein auskennst. Hm. Du ruf für mich auf mein Recht zu schweigen. Das ist privat. Hm. Ach, du Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da passt aber keine Briefmarke. Nee. Ich hab da auch vier, fünf Versuche gebaut, dann war ich durch. Das ist ein extremes Loch. Oh, holy shit. Eng ist ja normalerweise ein sehr dehnbarer Begriff, aber... Wow, in dem Fall auf gar keinen Fall. Oh nein. Das passt? Echt? Arus, haben wir eigentlich schon den Takt angelassen? Äh... Ja. Ja. Okay. Oh, jetzt erzähl mir nicht irgendeine Wichse von wegen, ja, ich komm dir jetzt gleich entgegen. Ich komm dir entgegen bei einem engen Löschlein. Oh, wow, 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 wow. Ah! Alter. Nein! Extra nach oben gelenkt hier. Ich wollte eigentlich extra... Ich hab auch extra probiert nach oben zu lenken, muss ich ehrlich zugeben, Arus. Oh, wow. Ich kam leider nicht hoch. Als Anime. Nein! WTF, was? Alter. Was, was, was? Oh, Max, gut, Alter. Was ist dein Begehr, Junge? Heftige Scheiße. Wow, yay! Ich hab den Punkt. Ja, geil. Jetzt mal. Wow! Wow! Ey, aus der... Aus der Richtung ist das noch schwer, weil das eine schräge Kante vorher ist. Ja, da ist der Punkt drin. Wow. Meine, ich muss echt zurückfahren. Oh! Ja, genau. Du musst da genau ins Engelösstein, die Coca. Wie soll man denn da reinkommen, so schnell? Das passt. Achtung, die Coca, ich komm dir entgegen. Ich auch. What? Huh! Da war sie, Frau. Ausgewischen. Ich komm da nicht mal rein. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Ich auch. Perfekt. Du musst perfekt den Winkel treffen. Ja, ich... Ja, schön. Alles klar. Map vorbei. Ciao, Kakao. Wow, Alter. Oh, nein. Eins, Trau wird heute salzig. Und der goldene Salzstreuner, Freunde, geht an. Lieb, Kakao. Ich hab mir nicht mal so einen scheiß Emschi-Mann mit Fullspeed. Und dann soll ich sowas treffen, oder was? Willst du mich komplett verarschen? Oh! Ich hatte so weit schon langsam. Hat immer Spaß bei deinen Maps. Da wird gerade nicht so... Also, Max, du hast wieder geile Ideen eingebaut. Mir gefallen sie. Oh, das ist ein 100-Problem-Fake-Punkt. Der ist in der Luft. Ne. Also... Ich hab da auch ein paar Zweis für gemacht. Und als Anime-Fan auch. Und du machst das auch. Easy. Oh, wie der sein alter Aufhalt... Oh, er hat seinen neuen Aufhalt. Bist du gesagt? Oh. Oh. Hä? Oh, ist das ein Drecksack. Ist das ein Drecksack. Mimimimi, kann der nicht durch. Uh. Doch, der Fankpunkt. Hä? Ja. Als Likoka macht wieder Mimimi. Na, das ist so typisch bei ihr. Dreimal, dass du raten, wer nach dem Loch mir entgegenkam. Lass mich raten. Likoka? Ja, ich glaub auch. Wow. Okay, ich hab dann genommen... Oh, lol. Okay. Böse. Ich hab dann genommen, die Auswahl war jetzt auch ziemlich eng. So, orangische Spirate. Cool. Ah, Sommerkindflip. Guter Mann, guter Mann. Ja, und sehr sauber gebaut. Man konnte ihn perfekt fahren. Ja, ich hab's nur trotzdem gerade ein bisschen verkackt. Ich hab's auch erst im zweiten Loft gekappt, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ach so, hat er... Ah. Max, gut. Uh. Assi. Interessante Map, auf jeden Fall. Also... Ich hab hier geile Ideen eingebaut. Bislang wirklich... Ich hab jetzt nichts grobes an Kanten gesehen. Ne, ich muss sagen, halt... Aufwarten... Ja, das ist ja auch geil mit dem... Oh, nein. ...was man nach oben fährt, dann in die Tübe reinfällt. Hm. Hm. Hi. Ärgerlich. Okay. Ich stell mich grad ein bisschen doof am Sommerkind an, warum auch immer. Was? Ich bin schockiert. Also jetzt aber, oder? Und Freunde, ich sage... Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Gigi, Alter. Geile Webmacks. Geile Map. Auf jeden Fall. Kann man mal ruhig so machen, ey. So, Freunde, da fliegt Likoka zum Pünken. Aber ich würd mal sagen, wenn wir mit Bewertungen gehen... Wie zum Pünken? Ja, zum Pünktchen. Hm? Und Anton. Aber das glaube ich nicht. Hä? Hallo. Also, die Map. Viele geile Ideen, wie er drin gehabt hat. Hat Spaß gemacht. Meiner Meinung nach, wie ich zu schnell durchgekommen bin, ich geb mir neun Punkte. Hm. Ja, für zehn würde ich auch sagen, irgendwas fehlt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber du hast saugeile Ideen verbaut. Hat sehr Bock gemacht. Du einfach war sie auch nicht. Das muss man auch dazu sagen. Kann aber auch daran liegen, dass ich vor, weiß nicht, 20, 30 Minuten erst aufgestanden bin. Ja, ich wäre auch bei neun Punkten, Tatsache. Ich auch. Ich bin farbenfroh, die WarRide-Auffahrt, ne? Ja, die geile Idee. Bau geil. Ich werd mir den Job auch instantly markieren. Für eventuelle Livestreams. Voll geil. Gut. Sind wir durch, ne? Ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ihr kennt den Text. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt den Kanal vom Anime-Fan und natürlich von der Liko Kao. Oder vom Ändchen. Oh, nack, nack. Unten in der Videobeschreibung sind wir jeweils verlinkt. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch ein Wungen. Dann schönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Falls bei Ares mal losgeht. Ja, ein weißes Auto hinter mir. Wie kann man nur die von weiß nehmen? Und eins vor mir. Hallo, Lemon. Dass vor dir bin ich, glaub ich. Bist du blau? Ja. Ja, dann bin ich vor dir. Ich würd niemals ein weißes Auto nehmen, muss ich ehrlich zugeben. Der hat zu viel geschaffen, die Frau. Oh, Mike, jetzt was übertrieben, wäre fast runtergefahren beim Curved Boosting. Ach du, meine Herren. Dein ganzes Fick müssen wir hochfahren. Aber wenn du hier verkackst, dann fluchst du. Oh mein Gott. Das ist jetzt mit Kontakt, glaub ich, ekelhaft. Ja. Dezent. Nein, 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 nein. Und schüss, die Coca. Nein, nein. Bitte? Äh, wir wissen noch nicht. Nicht wie lang, äh, der Stream ist. Oder links oder rechts? Ich. Die fahren rechts, links, rechts. Oh, die trennen sich alle. Mehrfach, ich fahr links ran, Freunde. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier ist kein Troll bei. Das hier an irgendeinem Trollweg drin ist. Das ist auch ärgerlich. Mein Gott, da war eine Bremse. Bremse? Jetzt macht er mir Angst. Wo war eine Bremse? Äh, wenn man rechts rumfährt, äh, bei der Kurve von, äh, wo man halt so nach oben fährt, dann. Aber das war nicht so schlimm. Ah, okay. So, Freunde, ich glaube, ich näher mich dem ersten Punkt. Filmstuck hat leider keine Einladung bekommen. Ja, wie gesagt, die Rocks, das ist leider manchmal ärgerlich. Ja. Wie, Kuka, du legst dich rechts? Nein. Ich links, okay. Oh mein Gott, was? Oh, da sind schon einige Freunde. Nein! Das ist doch nicht... Wow. Ist das gerade deren Scheiß ernst? Was denn? Nein. Was denn? Das ist doch nicht sein... Nein. Wow. Hallo? Hallo? Hier sind noch andere... Arra, fallt selber drauf rein. Tut uns gefallen, fallt selber drauf rein. Nein. Ja, ist so. Bitte sag. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh Mann. Sagen wir so, wir haben alle vom Punkt verkackt und da sollst du dir dir Sorgen machen. Wow. Ja. Was war das denn? Da ist ja noch eine volle Abkürzung gefahren. Und Lemon DZN schreibt, hallo Arra. Nicht dein Erd, der hätte oben raus müssen. Ja. Ja. Nein. Ich bin vorbeigesprungen. Ich bin vorbeigesprungen. Warum habt ihr nichts gesagt? Oh Mann, ihr seid so gemein, ey. Wir sind gemein, wir sind alle drauf reingefahren. Ich wollte sagen. Man hat ihn doch gesehen rechts. Also ich habe ihn gesehen. Unter dem gesprungen. Oh. Bei mir war er links. Hallo Mike. Aber irgendjemand ist noch von der Abkürzung gerade gefahren. Kann man da wirklich abkürzen? Der ist zwischen den beiden Straßen, wo es runter geht, hochgesprungen. Das hat er geschafft. Aber bei mir ist es schon gesehen. Ja, das machen gerade alle. Ja, gut. Ja, Aiko, das war ein Troll. Stimmt. Hast du gut erkannt. Aber der war echt böse, der Troll. Das ist ja schon richtig. Aber der Troll gefällt mir. Ich weiß, was ich gegen die Losers, die ich jetzt mal für eine Troll mitmache. Die werden dir die Eier abreißen. Ich weiß. Aber das wird mir doch egal. Nein, werden sie nicht. Nein. Oh nein. Sie ist kein nichts abgerissen werden. Nein. Weißt du was? Bei sowas hier, wenn ich das hier... Fick meine Eier. Nein. 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 Guck mal, wenn ich das hier verstehe. Das hat er. Das hat er. Das hat er. Das hat er. Das hat was von Bösem verkannt, Alter. Aber schön, dass du da gemacht hast, Aris. Nein, Alter. Und nochmal von vorn. Ja, mein. Da sind wir dabei. Ich hab's, ich hab's. Oh, das war zu doll. Aber das war ja echt schon böse Aris. Aris hat auch eine Abkürzung, Freunde. Ach so, soll ich eigentlich aufnehmen? Ne. Okay. Nein. Jetzt kommt Hinder2Ride. Ja, toll. Alle schaffen das. Ich fahre in die Bremse rein und fliege raus. Gigi. Alter, dann kommt noch was Böses. Aber das war ja schon echt böse. Hinder2Ride-Chan aussortieren. Wow. Und endlich schreibt Anime-Fan verdient. Was? Wo kommt ein Sommerkenten-Animikation? Am Ende von dem Hindernis-Wall-Ride. Also, Endless, du bist ziemlich frech. Ja, sehe ihn. Er ist krank. Mir doch egal. Ja, Alter. Scheiße, ey. Okay, Sommerkenten-First-Try. Und hallo, Sylvan. Hast du verkackt, oder was? Ja, ich hab's nicht geschafft. Und Ben schreibt, ja, Troy-Map gegen die Losers. Ich freu mich schon drauf. Also, der Troy-Map ist echt geil. Den werde ich mir merken. Wow. Und vor allen Dingen, die Losers kenne ich. Die acht nie auf Punkte, Freunde. Die kann man so schön damit erwischen. Ich hab jetzt nicht ernsthaft verkackt. Ich... Das ist so ein Assi. Nein, 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 nein. Hört zu. Wenn ihr den Sommerkind habt... Ich hab keine Ahnung, wo ihr hinmüsst. Ich glaub, oben auf die Röhre drauf. Ey, cool. Äh, was? Ganz am Ende auf die Röhre drauf, weil ich bin durch den Schlitz in die Röhre. Und da sind zwei Container, die den Weg versperren. Ich steh vor dem Punkt und komm nicht hin. Ist das eine Troll-Map? Wow. Das ist eine Troll-Map. Und springen, damit du auf die Tube landest. Auf der Tube. Wow. Also die Map... Nein, nein. Ich bin in den Schlitz gefahren und stand dann in der Tube. Und da sind Container, die den Weg versperren. Du bist in den Schlitz gefahren? Ey, aber wenn man sich das mal anschaut, vom Spawn aus, wie soll das bitte gehen? Alter, muss man ja Todeslack haben. Und Diamonds nicht schreibt. Das ist Diamonds Karma. Ähm, aber volle Kanne ins Gesicht, Anime-Fan. Wow. Und jetzt noch ein Sommerkind? Ja, leckst mich doch am Arsch. Der war eigentlich easy. Oh ja, das... Die Place hat das dann beendet. G, G. Ja, ist klar. Man muss echt auf der Tube landen? Ja, weil in die Tube kommst du nicht wieder raus. Die Coca? Ja, da sind die beim Container. Fürst 2. Was? Was? Fürst 2. Ja, wie? Oh mein Gott. Ganz langsam oben rausgefahren. So, Freunde, für die Guck mal. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Wie ganz oben rausgefahren. Okay, hier sind keine Speedzons, glaube ich. Guck in den Stream da. Ich bin ganz langsam oben rausgefahren beim Balllight auf die Tube drauf. Ja, ich guck jetzt in den Stream, wenn ich am Balllight hänge. Ja. Macht Sinn. Wir haben es gerade zu dritt geschafft. Siehst du, erst muss der Papa das allen vormachen und dann schaffen die das auch. Oder was? Nein. Oben drüber auf die Röhre. Ja, sag ich doch. Ja, genau. Ganz langsam. Weil wenn du zu schnell fährst, fliegst du wahrscheinlich drüber. Wollte ich schätzen. Ich habe immer noch Angst, dass hier ein Speeddruck ist, aber ich habe nichts gesehen eigentlich von den Händen. Deswegen fahre ich vorwärts. Es ist wahrscheinlich ein schwerer Fehler, Freunde. Ja, hab's jetzt auch. Hab's auch, hab's auch. Aber eine geile Map ist jetzt, gefällt mir. Ist auf dem roten Block ein Speed drunter? Nee, ich habe nichts mitbekommen. Ich bin alles vorwärts gefahren, also. Gott sei Dank, so. Okay, hab's, hab's, hab's. Habt ihr Tipps für den Worldwide-Wechsel? Apfelkuchen, leg mich nicht schon ab. Ich hasse zwei Grüne auseinander. Sorry. Zwei Grüne auseinander sind so ekelhaft. Oh nein, 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 nein. Oh, mein Entschl ist in mir drin. Oh, ja, komm her. Oh Gott. Und Polster Sebastian schreibt, mein Tipp ist, Anime-Fans gewinnt. Oh mein Gott. Das ist safe, ja. 100 Pro. Oh, wenn das ein Träum ist, hab's flipp ich aus. Nein, nein. Aris! Wir haben's beide geschafft, geil. Tschüss Apfelkuchen. Und ja, ich darf es sagen. Nein. Okay. Das Ezra drück ich auch auf den T-Shirt drauf, kann's voll ausgehen. Was? Ezra? Ezra. Ezra kommt aufs T-Shirt drauf. Aris, bist du sicher, dass wir da rein müssen? Nein, bin ich nicht, aber... Ich fahr mal hinterher, Freunde, ich möchte sehen. So, wo war jetzt ein Troll? Äh, bei den Speeds. Ja. Als ganz am Ende. Müssen wir. Was muss man immer machen? Keine Ahnung. Nein, also viel. Wir sind einfach gerade ausgefahren und sind in der Typ drin gelandet. Ja gut, ich war, okay, ich war ein bisschen zu langsam. Und Freunde? Ich will der Allerbeste sein, wie Geier vor mir war. GG. Huh. Ja, GG. Ich will da... Ich will da natürlich... Ja, ich will da...